Hey Leute und willkommen zu Teil 2 der Auslosung zu meinem Gewinnspiel. Bevor wir damit aber anfangen, möchte ich ankündigen, dass heute um 19 Uhr ein Livestream auf meinem Kanal stattfindet. Ich werde zusammen mit Jan ein bisschen FIFA 20 Pro Clubs spielen auf der Playstation 4. Und ihr könnt natürlich mitmachen, also um 19 Uhr mit reinschalten und dann könnt ihr in unser Team kommen und mit uns ein bisschen Pro Clubs spielen. Das wird cool. So, jetzt starten wir mit der Auslosung Teil 2. Warum Teil 2? Wir haben doch schon mal einen Gewinner ausgelost zu dem Spiel Fernmussimulator Platinedition blablabla. Ihr wisst schon Bescheid, Video rechts oben beim i verlinkt. Ja, der Gewinner hat sich gemeldet und hat tatsächlich geschrieben und das finde ich richtig, richtig cool von ihm. Richtig fair. Er hat nämlich geschrieben, hallo Maike, ich bin der Gewinner deiner Verlosung. Ich kann mit dem Spiel nichts anfangen, also kannst du jemand anderen auslosen. Liebe Grüße, Paul. Wirklich eine super, super coole Aktion von ihm. Und deswegen für diese coole Aktion, damit jetzt noch jemand anderes den Fernmussimulator eben gewinnen kann. Dafür habe ich gesagt, kriegt er was zurück. Er hat mir nämlich geschrieben, er hat auch einen YouTube Kanal und der ist jetzt einfach mal hier rechts auf meinem i verlinkt. Könnt ihr unbedingt mal vorbeischauen und mal gucken, was er da so treibt. Fertig auf jeden Fall cool von euch, weil er hat natürlich auch was cooles für uns hier für euch wieder getan. Und das ist, dass wir jetzt nochmal auslosen. Ich würde jetzt aber sagen, wir labern nicht mehr lange rum, sondern gucken, der wird der Gewinner. Es wird drücken drauf auf den Startbutton und ich bin gespannt, wer es jetzt zum zweiten Mal wird. Und es wird der Makinator 1. Mega, mega cool. Du hast gewonnen. Richtig nice. Er schreibt hier dazu, Hi Palle, Mike Let's Play hat dich bei Reisebüro Paluten gerettet und du darfst jetzt wieder fahren. Das stimmt und das ist auch ziemlich, ziemlich cool. Mal gucken, was Paluten dazu sagt, falls er nochmal irgendwie auf dieses Video kommt. Wie gesagt, könnt ihr gerne einfach bei irgendeinem Video von Paluten da mal wieder einen Kommentar schreiben. Von wegen, yo, Mike Let's Play hat ein Video gemacht, schau da vorbei und so. Das wisst ihr, wäre auf jeden Fall eine super coole Unterstützung. Naja, auf jeden Fall hat jetzt hier Makinator 1 gewonnen. Du kannst dich super, super gerne bei mir melden. Am besten über Instagram oder wenn das nicht geht über Facebook oder Discord oder was auch immer. Aber Instagram wäre die beste Lösung. Und dann würde ich sagen, kriegst du direkt den Steam Key zugeschickt und kannst auch heute mit dem Fernbus Simulator starten. Außer du willst natürlich ProClubs bei mir und Jan mitmachen. Also, falls ihr Bock auf den Stream habt, jetzt gleich reinschalten, 19 Uhr. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, hau da rein, bis dahin und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.